willkommen meine leute was hier bei euch herzlich willkommen zu einem video heute ist mal ein ganz anders wie also ja ich würde sagen wir schnacken nicht lange rum instagram account verlinke ich euch unten in der video schreibung vielleicht noch mal ich weiß es nicht ganz genau auf jeden fall wird euch jetzt zeigen euch anbieter aktuell auf instagram was günstig zu kriegen ist genau fangen wir an der magitex premier x-serie 17 18 basiskarten ohne ende schon mal ein richtig nice ich brauche irgendwas wo ich mein stativ hoch habe ich muss auch schalalalalala ja warte mal ich stehe mit dem busse ja könnte ich es mal durchstellen so passt so passt gut so leute panie topstretch x-prime raliga mit dir zu kurzem ist es ist mir ein weg hat es ist dabei ist richtig viele basiskarten erster stapel nicht alles was ihr da hinten seht wird angeboten ist klar der stapel am bremmer liegt base karten wird kosten die ganze karten hier fünf euro genau dann haben wir noch die special cards natürlich hier die klub 100 eingetütet bei mir drei euro drei euro hier die geile und satio money also drei euro kann er nichts sagen ich habe für euch alexis sanchez natürlich alles ins lief eingehölzt könnt ihr echt nichts sagen die qualität ist top und das richtig topf also auch fett eingezleaved an die karten kommt nichts ran also die karten könnt ihr euch sicher sein haben alles richtig gut die qualität nicht wie bei vielen anderen auf youtube genau bei mir könnte die gut mit guter qualität auch noch kaufen und ja gut qualität zahlt sich halt aus also pro club 103 euro für alle sind bezahlt 15 euro die limitierte grad ist dazu ganz genau wunderbar 15 euro für alle können wir mal machen jetzt nicht gewichtigt das ist lohnt wird sich schon lohnen das haben wir hier im match schon jetzt schon hat genau wenn man schon hat viele verschiedene zwei bis drei euro ich fand es können das nicht schon hat die seiner schicht nachher davon zwei displays geöffnet und hab einfach so erst gedacht wenn sie sammeln aber dann habe ich gesagt er lohnt sich nicht mehr die bekomme eh nicht mehr voll deswegen pro match bin oder so zwei bis drei euro und alle zusammen würde ich für so 20 euro abgeben es hat schon einen gewissen wert die karten hier sind über 20 match bin und dann möchte ich schon einen gewissen bereich dafür wieder haben dann hier so standard das ganze klub logos und so power so kürzios bei specialist richtig viele auch die stadt möchte ich sieben euro für den stapel ganz genau wunderbar also packen wir die schon mal zur seite kümmerlich habe ich euch gezeigt was kommt jetzt panini mega krex klar liga hier also die soll ich nach team sortiert auch mal richtig vieles bei einem paar special cards und top 20 klub logo klub logo allstar und top 20 allstar allstar und sich richtig für euch diesen stapel bittig an für knackig grün für knackig günstige fünf euro interesse hat meldet sich gerne bei mir auf instagram am besten ist natürlich instagram damit wir das wenig geld klären können die panini generations sind power karten die karten sammelt also so sehr etwas aus ausland karten auch spanien bekommt man ja nicht so schnell die gibt es auch nicht im panini online shop da gibt es nur die sticker genau dann habe ich hier noch die hat re делать und trennen karten die unterricht kennt die gut qualität wer sieht noch als okay ich würde sagen dass sie bist um das 1 euro einzeln dann habe ich hier noch so eine blaster exklusiv ist das glaube ich weiß nicht ich weiß nicht ob blaster exklusiv doch was für knackige zwei euro verkaufen genau dann noch ein paar dominators dominators sind auch so exklusiv boxkarten also ein blaster an linie die ball an janko ist ein euro alle zusammen 5 euro also wenn ihr alle kauf spart ihr insgesamt 1 euro also die 6 7 euro spart ihr also noch zwei euro das ist schon richtig nice was ich hier anbiete denke ich mal also so günstig werdet ihr die ja sag ich mal schon vielleicht irgendwo bekommen aber auf den deutschland premium karten günstig kaufen ihr könnt ihr bei mir ganz klar könnt ihr glaube ich auch keine ahnung ich empfehle jetzt erst mal jetzt weiter um das video wird ja morgen online kommen und danach wird das video wo ich mir ein paar karten bestellt habe wenn wieder online kommen oder ich mache oben Double Upload aber ich denke eher oben kommt Double Upload genau wunderbar Ski da habe ich für euch noch was in der Sammeln-Map ähm ja das müsst ihr jetzt eigentlich nur ein Stück hochschrauben bloß was habt ihr jetzt gemacht scheißarm gemacht dagegen ja das kann ich machen eigentlich ja also ich kann euch aber grob zeigen was das ist aber gern mal das Stativ ein bisschen abnehmen bisschen blättern da muss ich es halt mal wie früher machen durch gut gut hier sind Spanien Karten so Bundesliga oben also hier sind die Karten könnt ihr alle kaufen da könnt ihr dann gerne Preisvorschlag machen hier ein paar Prism De Gea Base Casillas und 2014 Refractor World Cup Cup Stars 16er hier die Sticker von La Liga die Morata hat nichts zum Verkauf hier Patrick Juvilui oder wie der heißt hab ich auch mal gratis bekommen könnt ihr auch kaufen und dann hab ich noch Autogramm von Joshua Kimmick Mario Gomez Niklei Müller und Makoto Hasebe Makoto Makoto Hasebe wenn ein Mann Interesse hat kann sich gerne bei mir melden genau auf Instagram ist Instagram ja alles Instagram ist die beste Lösung so jetzt fange ich hier an jetzt habe ich hier noch ein paar schöne Karten so Sergio Ramos ähm richtig geiler Verteidiger Spanien Verteidiger Panini Select 15 16 genau Ramos Sergio Ramos 184 199 kostet bei mir unglaubliche 3 bis 5 Euro also könnt ihr euch gönnen ab 3 Euro als Startpreis also ich kann euch mal 3 bis 5 Euro erst mal so hochschreiben als Preis wer daran Interesse hat natürlich gerne melden 3 bis 5 Euro und dann sehen wir auf 1,5 Euro so fließe ich auf einem Anbieter dann anderen was gaben Blaise Ball der 225 für 5 Euro würd ich sagen 5 Euro würd ich sagen passt die sache schon dann habe ich noch eine auto karte für euch von ben davis die werde ich verkaufen für 5 euro 5 euro tiefer werde ich nicht gehen wenn der us-autogramm top premier gold karte 21 von 49 Ospina, Trikot, Jersey, Solo, Materials, natürlich, Eingesleeved, normales Patch, Immaculate Collection, David Ospina, Nummer 49, wird 15 Euro kosten, 15 Euro, Leute, und ich sag euch, ihr bekommt zu jeder Bestellung innerhalb von 3 Tagen, wenn das Video online kommt, habt ihr 3 Tage Zeit, wenn ihr da was bestellt, bekommt ihr immer ein schönes Extra dazu, verspreche ich euch, bekommt ihr immer ein paar Karten extra dazu, ist keine Trikot-Karten, aber schöne Karten auch als Extra dazu, weil ihr einfach klasse seid, wer bei mir was bestellt, es ist kein Muss was zu kaufen, ganz klar, aber wer bestellt, bringt mich auch zu viel, zum Support, dass ich die YouTube-Videos finanzieren kann, denn ich verdiene ja kein Geld mit YouTube, also, weiter, aber ich möchte jetzt kein zu kaufen, deswegen ihr seid einfach eine geile Community, wir sind jetzt in diesen anderthalb Jahren gewachsen wie Bulle-Rulle, 300 Abonnenten, bedanke ich mir nochmal, David Ospina, auf Instagram auch schon unter die 120 Abonnenten, glaube ich, geknackt, ist auch richtig, Nespo 150 auf Insta, kommt auf jeden Fall nochmal, Gewinnspiel, hier nochmal, David Ospina, 15 Euro, Leute, was kann ich auch noch anzeigen, anzeigen, ja, eigentlich nicht so viel, äh, wenn ihr fragt, ob ich ein neuer anzeigen, habe ich noch nicht zu verkaufen, muss ich erstmal meine Serien voll bekommen, hier noch ein paar Mix-Cards, ja, Keine Ahnung, also, auf jeden Fall, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, es hat wieder richtig Spaß gemacht, dieses Video zu drehen, das sag ich einfach mal, äh, genau, also, ihr habt jetzt schon einen Überblick über das bekommen, was ich verkaufe aktuell, zum Beispiel, zweinummeriert, richtig günstig, zusammen für 7 Euro zu haben, spart ihr 1 Euro, wenn ihr euch den Gesamtpreis ausrechnet, eigentlich 3 Euro, 5 Euro sind, eigentlich 8 Euro, dann spart ihr 7 Euro, ganz genau, wenn ihr beide kauft, also, das Schlagtattoo lohnt sich auf jeden Fall, die Karten sind natürlich in Top-Quality, ich möchte euch gar nicht länger belästigen, Leute, ähm, ja, dieses Video wird länger sein, als gedacht, aber Leute, ich möchte euch nicht belästigen, ich fürchte euch einfach ein schönes Video liefern, was ihr alles kaufen könnt bei mir auf Instagram, Leute, folgt mir auf Instagram, keine geilen Angebote mehr zu verpassen, weil ich zu Feiertagen so, so speziellen Tagen werden immer gut angeboten, komm, also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, alle anderen, sage ich, Peace out, macht's gut, heute rein, Strauss-Army, Peace out, Tschüss.